heute schon tag 5 der adventskalender gewinnspiele ich habe heute nicht ganz so viele mitgemacht es sind vielleicht aktuell nur so 50 60 stück mehr werden das heute leider auch nicht werden wir unschwer erkennen können habe ich was vom 1. fc kaiserslautern an da die heute abend im dfb pokal gegen den 1. fc nürnberg spielen von daher kann ich heute abend halt keine gewinnspiele machen wenn ich im stadion bin und von daher gewinnbestätigung gab es halt auch keine bisher mehr und wir öffnen tag 5 von uti muss kurz schauen wo er ist hier ist die 7 normal finde ich sie mal auf anhieb hier haben wir die 6 die a hier unten ist die 5 ist wieder ein großes türkchen da ist sogar jetzt mehr zwei sachen drin gewesen einmal etwas von blauer hält das sind selber mischen das sind seifen ok und design dekor das ist schokolade ich vermute dass die aus einem anderen tischen rüber gerutscht sind von daher lassen wir es heute mal bei der hand seifen bis morgen abend